Ja, dann. Hallo. Herzlich willkommen. Zurück, weitere Folge von Rockblog. Wie ist denn der Logi da? Oh, ich hab was für dich. Ja. Bist du? Ah, ja. Noch im Dirt-Screen. Äh, hab ich schon in der Hand, oder was? Ja, hast du schon in der Hand. Wireless Crafting-Terminal, sehr gut. Mhm. Cool. Ach, endlich nicht mehr laufen. Schön, ne? Geht das auch in anderen Welten? Leider nein. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit es da geht. Nein, gar nicht. Du hast ja irgendwo da, und da musst du doch Module einstecken, wie weit das überhaupt reicht. Genau, hab ich hier. Da müsstest du ja in der Hand mit einer Antenne installieren, das kannst du nicht, weil du die nicht verbinden kannst, wahrscheinlich, ne? Also man konnte irgendwie mal, ich glaube, über Welten hinweg sogar, dass du im E-System basteln. Ich weiß nicht mehr, wie das... Oh, das war Koba hier, oder? Nö, das war ich. Der hat ja noch gesucht. Hat er versucht? Achso. Der Koba hat ja den noch auch gesucht. Ja, äh, du kannst ja auch gerne mal hingehen, wenn du willst. Nee, nee. Ich war sofort froh, dass ich das mal versucht hab. Okay, perfekt. Und da hatte ich auch ne gute Rüstung und alles. Das ist nicht so witzig. Ja, ich hab's gar nicht erst probiert. Wir waren zu zweit und das hat auch nicht recht. Ich glaub, da brauchst du ganz viele Leute für, was überhaupt gehen soll. Ja, oder halt wirklich ne, also wirklich ne wahnsinnig geile Ausrüstung halt vielleicht. Ja, wenn du mir jetzt das Schwerkosmos gemacht hättest, das war das so. Ja, genau, dann, äh, ja. Dann? Das ist natürlich locker, da hätte ich das alleine machen können. Komm mal mit zu dir nach hinten. Äh, ja. Und leg mal da drin den Schalter um. An meinem Spawner? Mhm. Ja, muss ich aber die Kerzen wegmachen, Sven. Nö, nö. Oder? Nö, brauchst du nicht. Hahaha. Das ist ein Problem. Wieso spawnen die denn trotz Licht? Hast du das eingebaut, oder? Ja. Hahaha. Der Daumen ist voll. Ja, das auch. Das ist ja genauso. Ja, vielleicht muss ich ja mal heute. Aber wie komm ich jetzt an den Schalter, ob das jemand wieder aufzustellen, oder? Hahaha. Das ist halt die Frage, ne? Ja, 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 der Ding ist nicht locker zu früh. Überhaupt, äh, du hast nicht achte was, wo ist denn mein Hopper? Hahaha. Wo ist denn mein Schalter? Oh, vielleicht so. Ich komm mich an den Schalter. Nein, ich auch nicht. Der muss ja eine Leitung haben. Wie geht das aber? Unschuldig, Schöner. Nein. Hat ihn gerade aus. Wieso ist denn da immer was raus? Er ist aus. Okay, also so geht nicht. Ja, ich habe auch alles dabei und was. Du hast aber auch meinen Hopper Cloud. Wo ist der? Hm? Ach, der Hopper. Ist das der Hopper? Das ist doch der Hopper, der ist doch da. Da habe ich nichts gemacht. Wieso funktioniert der da nicht? Der funktioniert schon, der war nur voll. Ach, wie? Ach so. Ach, das ist das Problem. Okay. Ja, gut, die Kiste ist natürlich ein bisschen geil. Okay, ja, die Schwerter, die machen sofort voll. Ja. Ja, ist gut. Das ist nicht voll. Also das mit dem, äh, das geht so natürlich nicht mit dem. Das ist klar. Ja, ähm, wir müssen jetzt mal, warte mal, äh, halt. Ach, ich habe doch dieses tolle Ding, ne? Also erstmal, Redstone. Ähm, ich kann jetzt erstmal einen auf... Wieso geht das denn jetzt? Ich kann da nichts rausnehmen aus dem MME. Warum nicht? Ähm, oh, müssen wir das, müssen wir da die Security Terminal-Ding-Informance machen? Ja, natürlich. Ja, ich weiß es doch nicht. Das ist nicht registriert. Ja, ich habe es lange nicht gemacht und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich glaube, du musst... Weil an dem Ding hier geht es, aber nicht an diesem Ding. Du musst das wahrscheinlich registrieren. Soll ich es dir nochmal geben? Ähm, du... Ich glaube, wir brauchen da was anderes. Ähm. Wie eigentlich ist das nochmal? Hä? Ich kann gar nichts mehr rausnehmen. Hier kann ich auch nichts mehr rausnehmen. Ah, okay. Perfekt, dass wir das jetzt ausprobiert haben, bevor Cobra kommt. Ah ja, ich kann nichts mehr rausnehmen. Nee, alles gespürt. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh. Ich habe keine Permissions mehr. Da kannst du mir das Ding auch wiedergeben. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, hat damit... Äh? Äh, Biometrik-Card habe ich jetzt. Das ist aber das Falsche. Das würde mir geben, was... Nee, nee, das ist, glaube ich, schon das Richtige. Das muss man reinbauen, um die Permissions zu setzen, oder? Ja, aber du hast das Terminal weggenommen. Du solltest mir nicht diese Karte geben, du solltest mein Terminal wiedergeben. Ja, das... Ja, du kannst ja gerade eh nichts mehr. Was soll ich denn mit dieser... Was soll ich denn mit dem Ding hier mit der Biometrik-Card? Die musst du erstmal irgendwo einlegen mit meinem Dings. Ja, ich versuche... Ich weiß nicht, wie... Ich muss die auf mich registrieren und dann da einlegen. Wo ist denn überhaupt das Security-Torrel? Wo ist das? Ah, eh. Maschinen. Wo ist denn... Wo ist denn Applied Energy-Six? Überhaupt nicht, gar nicht. Es gibt keinen... Aktor. Akonik. Hä, und wie kann ich das jetzt... Was muss ich denn jetzt machen? Wie kann ich das denn jetzt... Nein. Also auf jeden Fall musst du mal, glaube ich, Rechtsklick machen mit dem Ding. Ja, das muss ich vielleicht auch. Ich muss mich... Mir wiedergeben. Moment, ich muss erstmal gucken, wo du überhaupt bist. Wo bist du denn überhaupt? Hier? Du bist gerade am Ende vorbei. Ach so. Echt? Wo ist es denn nur? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier, jetzt bin ich... Hä? Willst du das nicht, oder was? Ach, da hinten. Falsch. Das musst du gar nicht hinlaufen. Ich weiß halt nicht, wie ich die einlegen kann. Irgendwie kann ich die nicht einlegen. Wo ist denn das blöde Terminal? Wo ist das? Äh, da unten. Ich hab's schön versteckt. Da unten. Na toll. Boot jetzt. Wo? Ja. Da hinten in der... Ja. Da ist schon ein Kabel. Da, ja, ja. Jetzt sehe ich's. Ja, ich sehe's. Ich sehe's jetzt. Ja, aber du kannst das da gar nicht einlegen, das... Oder? Ach so, ich darf das... Ich darf gar nicht so machen. Ich darf das lieber anfassen. Ja, ich darf's aber auch nicht einlegen. Ich weiß aber nicht. Keine Ahnung, wie legt man das denn da hin? Wie hast du denn meine Permission gekriegt? Was? Ich hab ja gar keine mehr. Auch nicht ein Problem. Ja, ich hab einfach nur das Ding gebaut, weil ich damit die Dinge insgelinkt hab. Aber du hast mich doch früher da mal eingetragen, als ich auch keine hatte. Und was hast du denn da gemacht? Okay, ich kann auf die Located. Alles klar, also jetzt ist es nicht mehr gelinkt. Jetzt muss es wieder gehen, aber ich... Keine Ahnung, wie man das Ding benutzt, Mensch. So sieht das Ding aus. Und ich kann aber die Karte oben nicht einlegen. Ich kann unten die Permissions bearbeiten, aber ich kann die Karte oben nicht einlegen. Gib mir die mal. Guck, ob ich das kann. Hm? Guck, sich doch. Gib mal die Karte, dann versuch's mal. Das wird halt nicht gehen jetzt, weil es hat keinen Strom und so weiter. Ach so. Hm, 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 hm. Ja, das stimmt, ja. Also früher musste man die Karte da reinlegen, wenn man das eingestellt hat. Ja, aber vorher musste ich die auf mich irgendwie. Ja, mach mal Rechtsklick damit in die Luft. Oder Shift-Rechtsklick in die Luft. Weißt du? Vielleicht auch nicht. Warte. Ja, ja, ja. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt kannst du... Ja, jetzt steh ich da drauf. Vielleicht kann ich nur nicht meine einlegen, weil ich ja sowieso schon drin bin. Ich weiß es doch nicht. Oder du kannst sie nicht einlegen, weil sie gerade leer war. Nee, nee, meine. Ich hab ja selber auch eine. Ach so. Ah, okay, stimmt. So. Lock Refinery. Chöp, 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 chöp. Ah, die kann ich einlegen. Ich kann nur meine nicht einlegen, weil es mir gehört. Ah. Ja. Interessant. Dann gib mal das Terminal wieder her, dann kann ich es eben ausprobieren, ob es geht. Ja, ich muss es neu linken. Ja. Genau so ist es. Kannst du aber, glaube ich, auch. Kannst du jetzt da drauf zugreifen? Auf das Security Terminal? Naja, ich kann es anklicken, ja. Ja, bitteschön. Weiß Cobra kommt. Ja, ich probiere es mal aus. Hä? Was? Du hast mir schon wieder eine Dingskarte gegeben. Ja, ich sag mal, falls Cobra kommt. Kann ich nichts anfangen? Ach so. Ja, ich brauche aber das. Ja, da ist es. Okay. Jetzt geht's. Moment. Also zumindest. Ja, jetzt kann ich ja was rausnehmen. Ah, perfekt. Alles klar. Jetzt geht's. Falls Cobra kommt, Karte. Ja, muss er hier unten einlegen, ne? Selber. Ja. Ja, selber einlegen kann er nicht. Äh, du musst die Karte da einlegen. Also unten erst in die Biometric Card Editor. Und dann eben alles halt anklicken, was er können soll. Und dann die Karte nehmen und oben reinwerfen. Ja, ja. Wo ist jetzt das Loch hier gewesen? Äh, da ist die Leiter. Ach so. Leiter ist gut. Kannst du fliegen. Fliegen auch. Ja, eben. Wollte ich ja auch. Bin nur hängen geblieben. Alles klar. Die lege ich einfach jetzt in die E. Da ist dein Ring doch auch. Hat er den schon? Ja, der Ring liegt auch noch. Ja, ja. Gut. Gut, gut. So. Ja. Oh, ah, das ist gut. Da braucht er jetzt, glaube ich, nur rechts klicken und dann... Ach nee, es ist nicht eingelegt. Na, ja, trotzdem. Haha. Ja. Whatever. Ich glaube, wir müssen das Ding dann kurzzeitig nochmal wegbauen. Welches Ding? Ja, damit Cobra aufs ME zugreifen kann und so weiter. Was muss er nochmal wegbauen? Verstehe ich. Ja, unten diese Station, wenn wir nicht da... ...da sind halt einfach. Weil sonst kann er nichts machen. Oh, ja, ja, Ratsch. Dann macht er halt nichts. Dann macht er halt nichts. War das schon kein Blödsinn, meinst du? Wieso? Das ist aber auch echt, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich kann meine nicht einigen. Also früher musste man ja sein... Oder konnte man seine eigene ja auch einlegen. Da habe ich gedacht, okay, aber vielleicht braucht es das ja gar nicht. Aber... Okay. Okay. Das wäre kein normalen Stein. Du brauchst deine eigene halt nicht einlegen, die... Der Kette ist ja schon. So. Jetzt muss ich das nicht mal aufräumen, den ganzen Quatsch. Ach so, jetzt wollte ich noch... Jetzt will ich noch Redstone-Block nehmen, das Ding machen. Damit ich den Schalter auch mal irgendwo abbauen kann. Der Schalter ist aus. Den Schalter kannst du dir... Nein, nein, es geht darum, wenn ich halt da abbaue, dann ist er an. Nee, da ist er nicht an, aber egal. Da kommt jetzt ein Redstone-Block daneben, da kann ich es schief... Ach nee, da halt, da ist das ja... Oh nee, da darf ich nicht machen. Da ist dann, kriegst du ja ein Signal. Das ist falsch. Du hast recht. Dann schalte einfach abbauen. Richtig? Ja. Da habe ich den abbauen, oder ist das auch irgendwie erst? Nein, ne? Zählt auf. Ja. So, jetzt muss ich eine Leitung von unten da dran bauen. Ja, ich bin schon im Bastel. Was machst denn du da? Wieso ist da Strom? Das ist kein Strom. Logisches Kabel. Ach so. Kann man da einen Schalter dran bauen an das Ding? Ja, warum? Weiß ich nicht, ob es geht. Nee, geht nicht, okay. Nee, geht nicht. Okay, dann... Ein Block mit dem Schalter kannst du vielleicht drücken. Was ist das noch? Mach das drinnen auch. Mach das doch in den Boden, jetzt hin drauf und dann block drauf. Oder an die Wand hin? Hinten an die Wand? Nein, nein, jetzt da rein. Ach so, da hast du meins. Dass das Senkrecht steht und dann block drauf. Okay. Ich muss nochmal kurz in den Ketter gehen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, dann schaltet der Schalter. Ach doch, dann schaltet der beides. Das ist gar nicht so doof. Ist es so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch einen Doktor weiß es gar nicht mehr. Das ist sein zu... Du solltest das einen hören. Ich mach das wieder weg. Wo ist das? Hast du es? Mach mal eine Leitung hier oben drauf und dann das Ding. Das ist das hier oben. Was? Ich mach gleich... Du musst da einen Stein hin machen. Ja, ich will da einen hinterher hin. Aber einen höher will ich den Stein haben. Ach so, du wirst ein Hörer haben. Ja, sonst kriegt er das Signal. Genau. Und jetzt da drauf. Ich hole mal irgendeinen schönen Block hier aus der Kiste. Vielleicht genau. Der ist doch Töger. Das geht mit jedem Block. So hast du das Teil da oben drauf. Nee, ich hab das Teil nicht. Das hast du. Dein Hopper vielleicht. Ja, der hat's bestimmt. Der Hopper. Ah, hier war's. Ich hab's. Es ist gerade irgendwie bei mir aufgetaucht. Ja, ja. Ja, wirklich. Es ist schon mal eins wie ein Tag geplückt. Ja, dann baue mal ein. Du musst erst deinen Block oben draufsetzen. Das kann ich von hier aus. Nee, du sollst erst das Teil einbauen. Ich will das den Block ja auf das Teil bauen. Dann komme ich nach oben. So, und jetzt, zack. Ah, ja, das geht so. Und jetzt könnte man mal ausprobieren. Nee, geht noch nicht. Das funktioniert, wenn man jetzt hier anschaut, ob der beides anschaut. Geht noch nicht. Moment. Erst programmieren. Nee, geht auch nicht. Ach so. Jetzt geht's. Ja, ich probier mal. Nö, mach keinen Signal. Äh? Dann geht das so nicht. Warte mal. Warte mal, ich geh mal kurz nach unten. Guck mal eben, ob er Signal bekommt. Spätisch. Wurste das gehen? Ich kann. Pause. Okay, also er bekommt noch kein Redstone-Signal. Ich bekomme hier unten kein Redstone-Signal. Nö, kommt nix. Warte mal, warte mal, ich probier mal was. Nö, mal so aus Spaß. Hast du den oben drauf gesinnt? Ja, ich probier mal, ob das vielleicht liegt, dass er es doch nicht will. Warte mal, ich geh nach unten, ich guck mal. Nee, geht ja. Ach, geht jetzt? Ja, ja. Redstone ist wieder faul ist hier. Wieder aus? Vielleicht, pass auf, vielleicht muss man das noch einen tiefer brauchen. Und das geht dann. Weiß nicht, wie du meinst. Ja, so wie du es erst hattest, muss es einen tiefer. Und dann kriegt er das Signal. Wo ist das Teil? Da. Das holen wir jetzt aus. Ich hab deinen Schalter, übrigens. Den brauch ich ja jetzt nicht mehr. Moment. Okay, dann, äh, hast du eingeschaltet? Ja, aber es... Ich bekomme kein Redstone-Signal hier unten. Nimm mal den Schalter daneben und versuch's nochmal. Auf dem gelben Block einen Schalter drauf und mal einschalten. Ja, den hab ich ja jetzt nicht mehr. Den Schalter hast du nicht noch. Nö, ich hab ihn oben hingeworfen. Müsstest du haben. Ach so. Echt? Tatsächlich. Unglaublich. Ich hab so viel Müll im Elemental machen. So, mal gucken. Ja, jetzt ist es true. Ah, es ist vielleicht gar nicht... Ah ja, und jetzt geht er auch. Okay, also funktioniert. Ja, hier drin schalten ist auch besser. Kann man am Ende die Dinge doch wegnehmen. Ne, ist besser. Ich hätte hier noch was übrigens. Einen Mob-Crusher und einen Mob-Duplicator. Vielleicht können wir das ja hier hinstellen oder so. Wir sind ja doof. Wir hätten das Ganze ja direkt unter diesen Schalter bauen können, ne? Das ging ja auch, ja. Kann man das noch ändern? Kein Thema. Ja, dann kriegt man aber nur die Rechtsgelette nicht weg. Ah, da geht eine Stromleitung unter dem Block. Ach so. Und kann es heute nicht außenrum? Ach so. Oh, die geht direkt da drunter her. Dann musst du die verlegen. Universal heißt es ja. Hm. Warte, 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 warte. Hast du den Merken hinten an? Ja, den habe ich gerade angestellt, um mal zu holen, dass er unten rum schwebte. Ich habe das Logikkabel eingesammelt, ne? Du hast. Ja, genau. Ich komme sofort. Ach, hier kriege ich ja eh keinen Stein aus dem Turm. Das geht ja nicht. Moment. So bekommst du da keinen Stein, das verstehe ich halt null. Ich verstehe es auch nicht. An der Tür, bei den Bienen auch nicht. Nur vorne. Ah ja, sehr gut. So, jetzt mache ich den Schalter dort drauf. Brauchst du noch irgendwas? Schalter, Schalter, Schalter. Den Redstone Reader bräuchte ich noch. Moment, das stimmt. Den habe ich mir tatsächlich gemacht. Und mache mein Dings wieder aus, mit meinen Magneten. Kannst du auch einfach da dran pappen. Ja. So. Ja, genau. Das sieht doch richtig verschlummend aus hier. Ja. Jetzt müsste das gehen, ne? Ja, sollte gehen. Mal ausprobieren. Woll den Haken gebastelt. Geht? Ja, geht. Und ich habe die Spawn Range auch ein bisschen nach unten gedreht, damit die außen nichts mehr spawnt. Ja, naja. Gehe ich denn da? Ne, noch einen kriege ich hin, ne? Ne. Weg aus demnächst. Yay! Die restlichen Scandle kann ich ja so weg. Das ist da so aus, als ob der Kraft drin ist. So, jetzt muss man aber noch irgendwie was mit der Kiste. Die ist ja wie zu klein. Okay. Ja, das mache ich dann auch. Okay, was macht der da noch? Der steht da halt so rum. Ja, ja, so, ähm. Ich kann erst mal... Oh Mann, ey, der Zauberter. Ja, ich mache da immer Heide, verschmelze ich die ein. Also, ich habe mir halt gedacht, Mob Duplicator könnte man zum Beispiel für die Hasen benutzen. Ja. Ein Beispiel? Weil ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir auch die Hasen brauchen. Und dann könnten wir, ähm, Hasen-Essenz bauen und dann könnten wir daraus wieder lecker Essen machen. Ach, Essen? Ich dachte da, irgendwas wollte ich auch, für irgendwas brauchte ich Hasen-Essenz. Ich habe auch vergessen, wofür. Ah, siehst du ja, Essenz wolltest du so machen, ne? Was passt dir dann? Ja, ja, für irgendwas. Ich habe vergessen, wofür. Über alles habe ich vergessen, wofür ich das nicht brauchte. Warte mal, komm mal, äh, Rabbit, äh, was war das? Mit Bienen vielleicht? Gibt es auch Bienen-Rabbits? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, nee. Nee. Du spielst ja mit Ton, oder? Du spielst ja mit Ton, oder? Ich habe nur was, ja. Ja, nicht so wie, wie Cobra. Äh, völlig taub durch die Gegend rennt. Ähm, ich schmeiß mal, die Rest haben, den wir halt dann eh, ne? Das ist perfect concrete, ja? Ich bin noch von Quatsch. Kohle. Ach, hier, ich habe immer noch meinen Champs. Haben wir keine. Ja? Oh Mann. Ja, meine, meine, meine Wäser-Maschine wollte ich halt noch bauen, aber. Oh, ich habe Optifine runter und habe jetzt, äh. Wenn du nichts findest, was ein Blöck wenigstens irgendwie zwei weiter teleportieren kann. Ich habe jetzt was anderes drauf. Und ich glaube, das bringt weniger. Es hat gerade wieder ziemlich gelaggt, habe ich das Gefühl. Doch, Pläser, die ich damals im Augenblick ausgehalten habe. Und ich glaube, das ist ein Blöck, das ist ein Blöck, das ist ein Blöck. Ich glaube, das ist ein Blöck. Ich glaube, das ist ein Blöck. Was macht man denn mit der Mob-Soul? Ähm, die kannst du, glaube ich, in Zung oder so reinmachen. Ich glaube, ja, genau, ich glaube, da kann man Spano umstellen, ne? Ja, irgendwie sowas. Hm. Ja, ja. Ach, kacke. Was? Man, ich habe schon wieder meine Kiste. Die haben der gemacht. Ja, das drin ist Essen. Schöner. Gewohnheit. Oh, ne Mops-Hool, Joppi. Okay. Nichts drin, was ich noch nicht geäst habe. Läuft. Gemein. Super gemacht. Habe ich noch einen Mob-Imprisonment-Loot? Ja, habe ich. Erstmal einen. Darf mir doch bestimmt einen Hasen klauen, oder? Warte mal, mit was tüchst du man den? Mit Karotten wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Das habe ich schon. So. Ich habe mal einen geklaut und wieder einen neuen, ach, bestehe ich. Mhm. Bleib da, bleib da. Kann ich mal so einfach so einen Hasen killen? Ich treffe ihn halt überhaupt nicht. Geht doch. Was willst du machen? Äh, ein Hasen killen. Fangen. Oh, ich brauche noch einen zweiten. Ja, hier läuft einer rum. Wieso läuft er so rum? Wobei, eigentlich reicht. Eigentlich, ja. Hier läuft, hier läuft ein Häschen rum. Warum? Wie, wo? Hast du den hier verloren? Ah, ist der ausgekommen? Kann doch gar nicht sein. Ich habe da die Tür gar nicht auf gehabt. Nein, da sind vier drin. Das ist ein extra. Ich hatte nur vier. Muss einer von dir sagen. Ach so. Du hattest einen. Ach so, es sind vier drin? Ja. Okay, dann mache ich den weg. Und tschüss. Perfekt. So, ich stelle jetzt meinen Ton ab. Okay. Kann ich noch tippern? Perfekt. Perfekt. So. Das habe ich nämlich davor. Wieder Sachen schnabulieren, die es noch nicht gab. So. Jetzt lassen wir doch mal. Kann aber nur im Spiel lesen. Ja. 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 Achso. Nicht zuhören. Kannst du zuhören? Ja. Oder? Oder? Weiß nicht. Ah. Ja. Ja, dann. Ja gut. Dann muss ich den Chat hier nicht benutzen. so eigentlich kann man das alles dann wieder abbauen wie das abgeht irgendwie fehlt mir gerade wieder so ein bisschen die mission alles was ich heute machen wollte habe ich irgendwie gemacht ich habe ein wireless dingens gemacht ich habe wenn du wenn du oft gehst also ich weiß ja nicht wer von uns beiden als erstes aufgeht aber wenn du oft gehst könntest wobei ich weiß es schon weil ich bleibe nicht mehr so lange wie heute wenn du aufgehst könntest du unten diese diese station kaputt hauen diese security station nee die habe ich doch gerade eben gespawnt ich hab doch ich gespawnt ja ich spawne nur wenn du den einschaltest genau also dieses access terminal unten müsstest du mal kaputt hauen wenn du bevor du aufgehst genau und dann die karte und hau es einfach ins me genau ja hoffentlich vergisst du es nicht sonst hat kobra was weiß ja nicht wann er wieder kommt ob er wieder kommt das hat immer so eine sache ach ja bienen denn sonst noch so mit ihnen machen müssen wir irgendwas mit ihnen machen ist es doch nicht schauen wir doch mal ins quest der dass man nicht alles haben ja haben eigentlich alles ist nur nicht fertig brutania dass brauchen wir sowas eigentlich also ich finde die trotzdem noch die beste die beste blume also ja könnte man machen man den schildern sie im terminal cobra ist ja genau das haben wir denn noch für quest auf ein du wolltest ja ein energy koa dingens bauen von draconik oder weißt du noch wie man den baut ich weiß es alles vergessen ich meine man kann vieles mit ihnen machen aber ob man halt muss ich glaube nicht eine vorrats sammelkiste das musst du natürlich kobra fragen also ich habe die nicht gebaut und ich habe die auch ja das problem ist hier zum beispiel habe ich versucht habe gedacht okay da nutzt du denn gleich die maschine um es automatisieren also genau genau und hier habe ich versucht das zu automatisieren hier die maschine und dann kam hier auf einmal haufenweise material rein und die maschine hat hat überhaupt kein glas mehr gemacht weil hier alles blockiert war jetzt bin ich überlegen ob ich irgendwo unter tage oder so noch mal die maschine hinstellen einfach nur damit ja 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 kannst du gerne machen also die hier sind automatisiert auf jetzt verdreifachung glaube ich ja genau wir sind auf erst verdreifachung die seite hier ja 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 das wäre ja also für die für die hier auf jeden fall für die ähm mit dem hier auf jeden fall was ist das hier eigentlich oh gott lag oha murder lag Eifhopper. Ey. Eifhopper, das hört sich so nach Bienen an. Everreal Extractor. Da habe ich noch nie was gemacht damit. Blast Chiller. Ah, damit habe ich schon was gemacht. Adjective User, das kennt man. Pyrolyzer. Hier steht. Das sieht für mich aus. Sequential Fabricator. Das sieht für mich aus, als ob das einfach nur ein Crafting-Dingens wäre. Naja, egal. Ähm. Sobald gerade echt keine... Oh, cool. Was? Cool aus. Sieht lustig aus. Bestimmt teuer. Also, die habe ich schon gesehen. Die haben wir im M.E. Liegt. Ja. Ach so. Einfach tausendmal zusammengecraftet, ne? Ja, das wäre schon möglich. Aber ich weiß ja nicht. Welch. Dummerweise. Die einzige Jacko-Lockträne, die gebaut wurde. Voll schade drum eigentlich. Könnte man viel mehr machen. Irgendwie. Ja, schade. Ach ja, ich habe die Lampen ein bisschen verändert, ne? Hier. Ich habe mir hier ein paar Lampen aufgehängt. Also. Ja, naja. Ich wollte es mit Chisel und Bits ein bisschen machen, aber irgendwie. Ja, naja. Ich weiß nicht. Das funktioniert nicht mehr so gut. Weil sobald ich Chisel und Bits in die Hand nehme, warte mal. Likes euch. Früher ging das super flüssig. Deswegen habe ich auch Optifine runtergeworfen und eben mal Rhodium draufgeworfen. Aber auch da funktioniert es nicht so wirklich. Ja. Ich nehme einfach mal den hier. Und dann stelle ich hier mal ein. Das, was am meisten lag. So. Achtung. Standbild. 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 So. Bis ich wieder in die Luft gucke, dann geht es wieder. Also hier Standbild. extrem. Und. Ja, das. Ich weiß nicht. Das. Ist nicht schön. So geht es einigermaßen. Aber auch nicht so toll. Es lagt ohne Ende. Es ist einfach super unperformant. Weiß nicht warum. Woran es liegt. Ich habe doch im Internet mal geguckt. Es haben schon mehr geschrieben, dass das so ist. Dass das Probleme macht und so weiter. Ja. Da eben in Verbindung mit Optifine. würde eigentlich ja gut aussehen. Das ist die falsche Pipe, oder? Das ist ne... Das... Ich glaube, du brauchst ne Logistik-Pipe. Das ist was für Fluids. So hier. Ja. Ist es. Ja, die sehen leider alle ziemlich, ziemlich gleich aus. Jetzt habe ich immer noch das Zeug im Moment schauen. Naja, das machen wir beim nächsten Mal oder so. Irgendwann mal. Keine Ahnung. Wir setzen separaten Raum auf oder keine Ahnung. Das werden wir irgendwie... Das werden wir schon irgendwie machen. Ich meine, wir haben hier hinten ja jetzt auf der rechten Seite noch einwandfrei Platz, um hier irgendwas zu machen. Vielleicht hier direkt gegenüber so einfach. Mal da in die Wand rein. Das... Da könnte man das locker machen. Wir haben auch noch 1000 Spawner da. Also es geht wunderbar. Oh. Den sollte ich wegpacken. Zack. So. Und auch mit den Blueprints und so weiter funktioniert es jetzt anders. Mit Chisel und Bits finde ich voll schade eigentlich. Es war früher eigentlich schon cool. Item Pipe. Die Item... Ich glaube, die heißt Logistik-Pipe, oder? Ja. Die heißt Logistical Transporter. Ja, ja. Die von Mechanism heißt Logistical Transporter. Sieht fast genauso aus wie die andere und ich finde es halt echt dumm, dass sie so ähnlich sind. Naja. Und hier noch Kabel. Kann ich mal klauen. Ah. Ja, genau. Das kann ich noch einstellen. Aber warten wir noch ein bisschen, ne? Warten wir noch ein bisschen. Ich hätte gerne... Ha. Ich hätte gerne alles von RF-Tools der Menschen irgendwie rausgezogen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Da bin ich irgendwie zu blöd dazu. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja im Buch eine Beschreibung, wie das geht. Aber irgendwie... Äh... Auch wenn ich das so mache, funktioniert es nicht. Keine Ahnung. Äh... Ich weiß gar nicht mehr, wo es sein kann. Hahaha. Hahaha. Ähm. Irgendwas passiert ja was, ne? Ist egal. Es gibt auf jeden Fall eine Beschreibung dazu. Also ich... Übrigens... Nee, ich weiß nicht mehr, wo es sein kann. Auf jeden Fall gibt es da eine direkte Beschreibung dafür. Ich bin halt echt zu blöd, das so hinzubekommen. Oder vielleicht geht es auch gar nicht mehr so, wie es da ist. Ist es doch nicht. Keine Ahnung. Ja. Oder ich... Wenn... Ich verwende den Operator falsch. Oder ich... Ist es doch nicht. Dass ich die andersherum verwenden müsste. Also rückwärts. Keine Ahnung. Naja. Okay. Und das habe ich vollkommen unsonst aufgebaut. Voll schade drum. Super schade. Aber noch nie benutzt. Weil Draconic damit... Naja. Oh, wir hätten noch Chance Cubes aufstellen. Oh. Ja. Könnten wir auch mal machen. Nehmen wir mal ein paar mit. Das können wir noch kurz machen. Ein paar Chance Cubes aufstellen. Aha. Und dann ist aber echt... Oh, warte mal. Ich muss hier zu den Portalen. Ich bin die Farbe. Ähm... Gehen wir da hin. Unten. Nach drüben. Da, wo wir schon mal waren. Mit dem ganzen Spaß. Was ist das? Komm mal hier hin. Was ist das? Ken. Äh. Ne? Weg in progress. Und die Lichter. Was macht das? Macht das noch irgendwas? So ist das halt bunt, ne? Okay. Gut. Gesehen. Einen jemand. Den ich einsammeln kann. Boing. Ja. Warte mal. Wieso wird man oben nicht mehr angezeigt? Ah, weil das wieder umgestellt ist. Jetzt links oben ist es jetzt wieder. Es würde alles wieder resorted. Ich wäre wahnsinnig. Also mit dem Wattpack hier, das ist extrem. Jedes Mal, wenn ein Update kommt, ist alles weg. Alles, was man eingestellt hat, ist einfach ein Kekse. Die habe ich auch noch nicht gegessen, glaube ich, in dem Pack. Schön. Okay, nehme ich. Habe ich alle? Nö. Oder habe ich die? Ne, habe ich schon gegessen. Ah, schade. Who created Minecraft? Äh. Das war easy. Okay. Oh. Okay. Cool. Eine Biene, die gar nicht mal so common aussieht. Ah, okay. Das ist Dreck. Disco! Woo! Gehen wir mal hier oben mal weiter vielleicht. Okay. Soll ich da hin? Oder wie? Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ähm. 1027. 30. 617. Also die Höhe passt ja. 1027. Also das. Hier 1027. Okay. Okay. Das dauert aber, bis ich da bin, ne? Fallen in der Welt. So geht's jetzt langsam? Ach, weil ich fliege, ne? 1027. Nee. 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 Mach ich nicht. Nee. Nee. Wirklich. Oh. hier. Wieber. taput. Tja... Sharpness ... und Unbreaking. Okay ... Help me! ... tschüss. have ich hier geholfen? Weiß ich nicht. Egal. so schön haben wir das auch mal wieder gemacht so auch mal schön so okay behalte ich mal danke schön fürs zugucken hier sehen uns in der nächsten folge bis dahin